Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Starboss, die komplette Saga wieder mal mit den Kopfgeldjäger-Missionen, es geht weiter äh, Mission 9 und dann wahrscheinlich auch 10 fangen wir erstmal mit 9 an Shakti so und da oben ist sie schon no problemo ja, easy so ja, das ging auch wieder schnell ok 10. Mission, Kommandant Cody ich habe das Gefühl, ich werde nicht lange brauchen da ist er, der Chef da waren jetzt auch bestimmt 10 Sekunden oder sowas hätte ich das gewusst, dann hätte ich eine ganz komplette Folge gemacht shit ich dachte mir immer so zwei Folgen also zwei Missionen in einer Folge aber das geht jedoch eindeutig zu schnell ja, was soll's, ich bleib dabei jetzt egal ja, und das war die Folge bis zum nächsten Mal tschüss tschüss